Warum sollte man als junger Mensch in eine Partei antreten? Ja ganz klar, um sich einzubringen, mit anderen Leuten auszutauschen, aber auch um was zu bewegen. Und ich glaube gerade als junger Mensch ist es wichtig zu zeigen, dass die junge Generation eigene Ideen hat, denn in der Politik sind viel zu viele Ältere und ich glaube, dass man auch schauen muss sich besser zu informieren und in der Partei oder in verschiedenen Parteien gibt es ja auch unterschiedliche Strömungen. Es ist anders als in einer Nichtregierungsorganisation, den berühmten NGOs, wo man in einer eigenen Blase lebt und fast nur mit Gleichgesinnten zusammen ist, so ist es bei uns in der CDU, dass wir eine ganze Menge unterschiedliche Strömungen haben. Wir sind eine breite Volkspartei, wir haben christliche, soziale, liberale Strömungen und da macht es erst recht Spaß. Also ich finde es einfach, weil es vielseitig ist und man mit anderen Leuten besser im Austausch kommt.